so da sind wir wieder bei left for that vortex power level okay und ich sag's noch mal geht ruhig mal auf die seite gibt ein lob für die map ab the return of dr cortex wenn ihr selber spielen wollt und ich würde sagen tonten drückt den button die hilfe naht verteidigt euch oh je kristos wird die da vorne okay geil gemacht jetzt geht's los also richtig schön respect an macher hier also also ich sag auch gut also richtig geil gemacht von euch auch die musik die musik ist auch sehr genial gemacht woher bk b was scheiße so bleibt über den erwartet warte wir können nicht warten warum nicht ich bin da auch an der Welt ich habe mich auch ab dem ich glaube wir werden nein wieder am Boden hat er die Strasse mit da haben wir machen lassen hat er noch mal weiter Leute noch mal der er hat er ein alter guter Stadion um mit was ist das nennen als egal alter neues Zeug alter das ist doch nicht echt nicht das können wir doch nicht machen da müssen wir doch zusammen bleiben ja ich sei nicht vorlaufen weiß was ich kann mich mit mehreren schild damit kommt bestimmt durch jetzt zeige ich dir Prozent eigentlich müsste dein Gesicht lang eigentlich müsste dein Gesicht lang um die abzuschrecken Prozent ich denke sie ist auch ein Zombie mit dem Gesicht Höhe soll ich bei der AK bleiben oder die Schrotflinte obwohl er die Schrotflinte nachlädt dann ist Kacke ich aktiviere Warte jetzt ist es zu spät so bloß zusammenbleiben Jungs, bloß zusammenbleiben und Mädchen ich wollte schon sagen hallo da hast du mit einem Jungs zusammen du bist mit einem Jungs zusammen iiii aber ehrlich gesagt diese Map hat wir stehen zusammen und wir fein zusammen, Bad Boys for Life ja, so ist los so wirklich alle zusammenbleiben so jetzt macht es erstmal bumm nach links so weiterlaufen so hier kommen die ersten Zombies fuck Buma ich sehe nichts mehr Leute und ich habe gerade Stammbilder glaube ich Buma ah Jockey oder was war das ich versuche die vorne zu ich versuche die vorne zu Molli macht das von hinten smoker smoker ok hier ist ruhig jetzt ich habe auch noch ein Molli warten wir noch bis das hier abklingt Wettbewerb und weiter weiter Jo Macker ist das krass hier Oh ich werde runtergezogen Warte so Hunter 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 Leute Hunter HB weil ich hab's versucht ja ich lieg wieder äh noch ein Hunter ich bin fast down nimm Tabletten oder so ja ich hab nichts mehr hier nimm danke und hier ist auch mal eine äh Spritze so Macker hat das in sich hier auch gleich durch dann sollten wir nicht lange verharrt boah ey warte mal ich schmeiß mal hinter uns hier hat ein Babypack ja ich brauch ich brauch ja nimm's dir man nimm du gib mir Deckung Machen wir alter Schwede das ist echt hart hier ich hab ok weiter Vortex Power Level ist auf 50% so wow alter Schwede ja Achtung Spitter oh die Spitter sieht man ganz schlecht ja und ich bin schon wieder fast down ja ich auch oh danke ja bald durch Macker ey oh mein nehm sinkt ja iiii die maps hat die maps hat die maps ne die map hat's echt ultra drauf ey Vortex Power Level 75 Munition Tank Tank Tiny Smoker 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 am boden ist das smoker down ja wo ist der tank marke ich sehe nichts mehr alter hallo er ist hinter dem ist der einzelne noch lebt wo ist der tank da direkt vor dem macht ja ich kann nicht und da kommt noch mehr ja scheiße das war's ich bin am nachladen ich bin am nachladen ich konnte nichts mehr machen ich bin eindeutig viel ich bin am nachladen in der Ecke rumlaufen ich hab keine Übersicht mehr gehabt ja das hab ich gemerkt ja wie gesagt bei mir leckt das so ein bisschen auch da ja das merkt man bisschen wär schön so ich nehme jetzt mal die äh Kettensäge mit meint denn Nate Launcher ist gut ne ne bringt nix du machst zu viel damage also mit mehr mitten hier ich schreibe schrubflinte was er so wichtig ist es auf jeden Fall gut um großflächlich schaden zu machen war eine mögliche Schotten und mich wohl die sich rot als er mit sich nach anderen ob die automatische ja aber es gibt noch eine bessere Warte mal wo die Knie das er ist perfekt nachher erinnern ist er auch hier er in Audi und dann noch Moni und dann kannst du es gehen die machen großflächlichen Schäden oder und er macht schon gut damit doch noch okay alles klar auf geht's Böhre herr 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 es wird vor bis dahin sind ja schon gekommen ich will nicht ich will wieder runter ich spring mal du kommst nicht wirklich hoch so auf geht's ab geht's drei Tage wach lasst mich vor ich hab Kettensäge link lang so wow Munition aufpassen ich werfe ne noch ist nichts scheiße smoker wo bin ich ich bin wieder zurück ab den anderen hunter deswegen ist es ein sniper gut ab den nächsten so gleich nicht viel aushauen hier gleich weiter alles klar danke danke komm uns entgegen hunter ist hinter uns oder so glaube ich hier ist medikit bin mir nicht sicher hier ist medikit falls jemand braucht ne brauche ich nicht aber bambina hat kann nehmen bambina komm zurück zurück dort warte nimm das medikit mit heilig und medikit mit heilig wenn möglich noch warte ich so so alles weg bambina heilig wenn möglich jetzt ist noch die Gelegenheit aber die Erinnerung der und nur Jo wieder weg warte ich hängt mit drin Achtung der bloß mit abdeckt hat der 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 das war keine Rolle aber er war ja mal es war ein Jockey Munition ist hier so hat man das aber auch mit dem Power der Reichen oder für die Dauer er darf ihn erreichen das ist wohl so geplant ja dass es nicht er und zeigt ihm zu seiner ja glaube ich nicht wartet nun das war es mit meiner Kettensäger wird jetzt gut damit gemacht dann hier rein und dann geht es ab aber irgendwas zu werfen ich habe Molli ja werfen noch ein Tank wo ist der Tank war ich schon direkt am Eingang okay du hast schon Achtung ja warte ich sehe es war es nur scheiße scheiße Tank hat mich dauernd Molli sie wird gerade vom Tankblatt gemacht noch nicht noch nicht lauf weg lauf weg lauf weg es war auch gut in den Raum das war es aber halt der Schwede ein Eingang nehmen nicht 2 ja das war dumm wie ein Eingang ja da sind zwei Eingänge ihr seid dann noch den linken Eingang also das war alle denselben nehmen oder was erinnert und doch direkt der Molli geworfen wird ja wer macht das mit dem Molli vollkommen Latte so ich nehme wieder um Schnellschuss oder ich nehme Molli mit ich glaube er ich spare mir hier den die Pipebomb auf und werfe die dann rein dann sind wir erstmal die ganzen Zombies los ich gehe doch zur Schrotflinte ja ja das bringt doch nichts wenn es euch Schrotflinte haben ja aber die macht großen Damage auch beim Tank nachher ne nimmt nimmt einer einer Molli und der Rest Pipebombs würde es sagen so ich nimmt dies weil wir müssen schnell weiter das heißt wir sollten nicht irgendwie dann ich war überlegen und wir brauchen den Platz ich nehme Molli das dann Pipebombs die sind hier ich habe auch Molli was soll ich nehmen Pipebomb wo bist du da ja eigentlich die Waffe so Pipe ähm 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 wo ist jetzt mal ne Schrotflinte von Bina am besten auch noch die Pipe so die Pipe die liegt hier ja ach so ja alter Schwede Leute die Map ist krass na ne Hübel ha 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 hochstart startet das Game ja so letzter Versuch und ansonsten machen wir mal auf äh Schwierigkeitsgrad weniger oder nein das schaffen wir schon ja ja letztens durchgeplant ja wir haben genug wir haben schon oft geplant hier gerade aber irgendwie hat alles noch nicht geholfen soll ich wieder mit der Kettensäge vor oder nein nimm die Schrot weil das ist Schwachsinn gib dir die Kettensäge später aus beim Tank oder so ja ok Nova dein weißes Hemd ist blutig ja soll vorkommen ah scheiße smoker 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 ok komm zurück Macker der hängt da oben alter der Drecksack hab ihn nein doch nicht haha ja egal lauf weg von ihm oh Hunter und Boomer Boomer weg da Boomer ist tot Hunter 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 bei mir passt auf den neuen Hunter auf ja smoker wir sollten uns vorne abwechseln Stormy du dein Magazin was ich mein Magazin wir sollten uns vorne abwechseln ok Dürfen 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 meins ist voll ja ich meinte da auch warte kurz ja ich Erbsen ich müsste mich heilen dann heile ich jetzt hinten ist alles ruhig das ist gut So, ich bin am Nachladen Ja, ich wege vorne So, ich hab voll Bin weiter Gut Incoming Bitter, Achtung Bitter, Alter Immer an derselben Stelle Jockey Ist tot Ich seh die, äh, Kotze nicht hier Ist weg Da liegt Munition am Boden So, ich bin am Nachladen Nun wird es vorher Ja, ich hab selber erst gerade gemerkt, wo er angefangen hat So Jo, ich geh Rechte Tür, rechte Tür, ich werfe rein Pipes drin Und rein mit euch Achtung, der Smoker auffassen Hab ihn Super Ich werfe ne Pipe Ich werfe ne Pipe Ich werfe nochmal ne Pipe Sollen wir den mal machen? Bring den Tank um Aus dem Tank Leute Der Brenner Wie ne Wunderkerze Ja, hier brennt alles Ja Ach da Und ich bin gleich krank Ich bin da Tank ist down Tank ist down Ja Ich hab mein Defi leider nicht mehr Ja Splitter ist down Charger und Hunter Hunter hat mich Hunter hat mich Hilfe Ich hab sie gedrückt Boah, Alter Probein Beim Doktor Mein Cortex Ja, heile Oder der oben rechts ist noch ne ne andere Kiste Die kann ich nicht drücken Buch, wenn ich hier hab ich schon gedrückt Und da kommt noch mal so neben Kiste Macha Ich hole beim Wiener hoch Ja, alles klar Ich werd hier von Zombies abge... Macha, wo seid ihr denn? Hunter, Hunter Hunter hat mich Schieß ihn ab, schieß ihn ab Beim Wiener Charger ist so Warte, 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 warte Ja Musst du nach nach Ja, komm ey Leck mich doch Ihr Pisser Das sieht nicht gut aus Wo ist denn hier noch was? Ich glaub, wir müssen weiterlaufen, oder? Ja Wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Was? Das war unsere Welt Aber wir haben's doch nicht geschafft Okay Das heißt, der Level darf doch nicht voll werden, oder wie? Ja Wie sollen wir das denn schaffen, bitte? Man, das ist ja richtig ultra hart Ja, das ist wirklich hart Das ist ja... Wie sieht's mit der Zeit aus? Äh, kackegal Wir machen eine Fail-Folge draus, oder wir machen in der nächsten Folge weiter Ähm... Lass jetzt in die nächste gehen Alles klar Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bei Left 4 Dead Hoffentlich mit weniger Failen Ja Das machen wir alle So, bis denn Euer Stormy Das war der Zeitpunkt für eure Namen, ihr Idioten Und für was? Vergiss es Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen